Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Wir sind wieder am Start in der Steinzeit. Alleine bin ich natürlich. Klar, ist es keine Möglichkeit im Korps zu spielen. Wahrscheinlich glaube ich nicht. Wir sollen... Ah, drücke und halte R2. So, einmal kurz den Weg frei brennen. So, davon ist jetzt Jäger, aber die lassen wir jetzt gerade. Die mutze ich eh schon aus dem Staub. So, hier müssen wir langen. Hier sind irgendwelche Spuren. Was auch immer das jetzt ist gerade. Nur eine Möglichkeit, weg zu gehen. Okay, gut. Weiter geht die Reise. Hier ist Blut. Oder? Oder? Jodica. Urgi purbi dram. Okay. Dann geht's hier weiter. Es ist jetzt gerade jetzt egal. Es ist nämlich ein Wolf. Ich hatte ja gedacht, es wäre ein Feind. Ich weiß nicht, wo der die Fackel gerade hergeholt hat. Ja, ich höre das. Oh, da. Piss dich. Oh, die Heine brennt. Oh, die Heine brennt. So, jetzt fahre ich jetzt hier weiter. So. Dann lassen wir die Wölfe gerade mal in Ruhe. Das war eigentlich auch nur der Plan, um die bisschen abzulenken. Bisschen aufzustreuchen, dass ich wegkomme, dass ich da vorbeikomme. Okay, das ist nämlich halt alles ein bisschen auch noch an der Assassin's Creed, glaube ich. Äh, Moment. What? Scheiße. Das ist natürlich jetzt blöd. Ich würde hier mal wieder raus. Ich würde hier mal wieder raus. Ich sollte nicht aufpassen, ich sollte sich so viele Pfeile verballern. Ich musste aber wieder eine Lagerstelle vor allem. Da ist die Leitung, okay. So, dann haben wir wieder Licht, das war der Plan an der Sache. Gut. Was ist das hier? Eine Tasche oder was? Fleisch. Knochen. Okay, dann geht's weiter. Ich bräuchte mal, ich hätte mal ein Feuerzimmer zünden. Kann ich in das Feuer mal zünden? Ja, das war der Plan, vielleicht. So, einfach mal ein bisschen für den Fall, dass sie uns hinterherkommen. Äh, warte mal. Irgendwann ist hier noch etwas drauf. So, dann machen wir hier mal das Feuer hier wieder an. Hart, Holz, okay. Ich kann schon voll, ich kann nichts nehmen, okay. Blöd. So, kann ich hier hochklettern? Kann ich bitte mal, jetzt. Dann gebe ich wohl noch nie weiter. Oh, der. Na. Jetzt ziehen wir hier mal das Feuerchen wieder an. Die Frage ist, ist das immer noch der Säbelzahntjäger, der die bedroht oder was? Da? Ja. Wird der Säbelzahntjäger. Meine Güte. Er, jetzt sind die Schildzahntjäger. das ist klingt schon sehr nah das klingt schon wie ein Silbelzahntiger oder was na komm richtig hier raus da wäre einer meiner Freunde ich muss aber jetzt mal hier rauskommen oh der liegt schon an der Gänge die große böse mietige katz hinter dir gut 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 Mago-Birdis hat 6-3 Land von Oros Djek 10 Na Oros Takaar Haasan Saela Ich bin hier, ich bin hier. Ah, Atra. Guama. 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 Ah, Da. Yum, yum. Hmm, lecker Beeren. Die Frage ist gar nicht... Sieht das Ohren, was sie da an ihrer Kette hat? Alter, wirklich? Müssen die Leute jetzt Medizin noch bringen? Na gut. So, grün wird er um die Tigerwunde zu heilen. Ja, 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 macht ja keinen Schritt, Alter. Der Fluss... Tiefe Wunden. Ja, der kann ja auch ohne Hilfe springen. Also, wie hier. Zog kommt natürlich. Neue Fähigkeiten freigeschaltet. So, dann haben wir das Heilen gelernt, also das Wundheilen gelernt. So, wir sollen vier Grünblätter sammeln. Für Scylla, so heißt die junge Dame. Ah ja, junge Dame. So, ich nehme mal meinen Pfeilbogen mit. Für den Fall, dass wir unliebsame Überraschung haben. Aber bis jetzt sieht es nicht gut aus, sonst kann ich hier schön durchrennen. Ich muss ja eh nicht jagen. Wir haben ja gerade... Was ist das? Achso, eine Ziege. Jetzt mal sehen sie. So, wir nehmen die Ziege mal mit. Und nehmen wir die Holzfarbe zurück. Tierfett, Tierhaut, Knochenfleisch. Also, wie gesagt, wir haben ein bisschen was getan. Wir sollen weiter hinten hier vorgehen. Ja, du, ist mir klar. Jetzt ist das Rote wieder. Und wenn ich das habe, was ich brauche. Die. So, dann lassen wir mal in Ruhe. Jetzt werde ich zu ruhen, aber ich weiß nicht, was er hat. Hau ab! Okay, das sind... Ich hoffe, wie gesagt, dass die jetzt auch in Ruhe gelassen sind. Ich hoffe, wie gesagt, dass die jetzt auch in Ruhe gelassen. Ich hoffe, sie sich auch jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Wow! Treffer versenkt. Und zwar Volltreffer. In den Kopf. Ich bin richtig lieb. Da kommt noch irgendwas. Das oben ist Mammut. Das ist das Viech. Okay, der... Nimmt sich jetzt die Ziege. Das ist aber herzlich egal. Okay. So, wir können das nehmen. Wir brauchen noch zwei. Dann weiß ich, wie die Dinger auch aussehen. Boah, Alter. Ja. Ein Jaguar heute. Ein Jaguar war das. Nehmen wir den mal mit. Ein Holzfall zurück. Und wir haben ein Jaguarfeld. Hier haut. Und ja. Es ist etwas anderes. Let's play heute mal. So ein bisschen. Äh, was hier so gestartet ist gestern. Ja. So. Ich brauche auf jeden Fall... Ja, ich will... Kann ich hier durchlaufen einfach ohne Volumen? Ja, kann ich auch. Und jetzt ist da kein... Blöder Alligator oder sonst so. So. Die Jungs haben... Sorry. Äh, ich brauchte die Fallzulemer. Ich so, dann nehmen wir so mit. Zack, zack, zack. Die Häuten war mal gar... Also nicht die Häuten war, sondern... die wir suchen war, falls wir den wollen. Ja, die hätten uns, äh, durchaus, ähm... Ärger gemacht. So, dann verschwinden wir mal ganz schnell wieder hier. Wieder zurück. Jetzt bin ich aber tatsächlich... Ich weiß, dass die Ziegen jetzt gerade egal sind. Ich... Finden wir immer wieder. Wir machen uns erstmal zurück zu Saila. Äh, Saila. Wir ressonnen nicht. Ja, wieder... Scheiße. Schnauze. Ich muss mich gerade orientieren, wie ich... wie ich... wie ich das mache. Genau das meine ich. Scheiße. Huh. So, ich suche mal die Jungs da wieder. War doch noch ein dritter oder so, ne? Kann das sein? Ja. So. So. So, wir haben fünf Pfeile. Also, wir haben einen verloren. Älterbach hält sich egal gerade. Okay. Wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht irgendwie hier... Unnötigen Feinde sind. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir hier wieder reinkommen. Die Höhle da sind, wa? Und da unten sitzt Saila und... Wir haben sie ja gefunden. Die Grünblätter. Saila. Ty Waw nah nii. Schájjaa! Tanhi. Schlauaha! Tanhi. So. Du hast auch gehört, ich soll das machen. Hm. Die eilbe Welte Methode. Ja. So. So. Und Versorgung mal anders. Steinzeitlässig. Bitte. Kein Problem. Und dafür habe ich mich mit einigen... Was? Die kommen nicht mit? Bitte, bitte komm mit. Bin ich nicht alleine. Wohl. Hörs. Udam. Salwa-Ti-Cha. U-Anna. Wim-Jawai-Na. Du-Hai-Padas-Schwana. Alter, diese Kette, ne? Dann, geh mal raus. Aber die Reise machen wir erst im nächsten Mal. Im nächsten Part. Oder beginnen wir im nächsten Part. Bis dann. Tschüss. Du hast das. Nee, 뭘 kannst du nicht?